So, mit einer kleinen Unserbischung geht's hier weiter. Oh, genau, hier war mehr. Fick dich. Oh. Und noch verbrennen. Naja, ja. Bestmord. Ist man hier nirgends sicher? Eher unwahrscheinlich. Hm. Kann nicht raus. Kann nicht raus. Wir müssen los. Hier lang. Kann nicht weg. Kann nicht weg. Jawohl, wir schaffen das, Leslie. Oh. Okay. Die Treppe ist weg. Wir müssen alle gemeinsam den Verstand verloren haben. Verstand verloren. Verstand verloren. Verstand verloren! Verstand verloren! Verstand verloren! Verstand verloren! Verstand verloren! Ruvik. Tatsächlich. Leslie! Wer zur Hölle sind Sie? Nein! Nicht hinterher! Bleib stehen! Was zur Hölle! Doktor! Leslie! Ja, okay. Fuck! Jetzt will ich hier noch mehr den Verstand. Was wir denn schon verloren haben. Ich halte ihn in die andere Richtung. Was geht hier vor? Ja, das wüsste ich auch gerne. Das wüsste ich auch gerne. Erstmal hier hoch. Und nochmal hier bolzen. Und noch einen. Die ganze Zeit hier rein. Erstmal hier durch. Durch. Durch watten hier. Hau jetzt ein. Draht. Den sollte ich vielleicht nicht berühren. Die Treppe hochgehen. Weil da unten hat es eine Bombe. Die Treppe, die Leiter. Ja, das ist glaube ich. Sobald ich den Hebel runterziehe, wird das runterfallen. Wetten? Ah, okay. Ne, nehmen. Treten. Irgendwohin soll ich das treten. Ja, wohin soll ich das treten? Hier runter was? Oh nee, erstmal ne Lampe. Runter mit dir. So, scheinbar muss es runter. Vielleicht hier vor die Türe. Äh, sie kann nicht verbrennen, aber. Das wird mir vorerst nicht viel bringen. Ich kann, kann ich neuen haben? Okay. Noch einen. Das ist fast wie ein einarmiger Bandit. Okay, jetzt hat es nichts mehr hier. Ich brauche hier wohl diese, diese Figur, die da rauskam. Ich weiß gar nicht genau, wo die rauskam. Kann die hier raus? Ich glaube, ja. Okay, brauchen wir auch nicht. So, schön geduckt bleiben. Erstmal den Zoo mitnehmen. Boah. Okay, scheinbar kann ich das öfters benutzen. Äh. Oha. Hier habe ich nochmal Komponente. Ah, verdammt, zu späcker sich. Okay, wir müssen es nicht. Jetzt nicht zieh hoch hier. Hier unterfallen. Oh, mein hier. Okay. Habe ich es geschafft? Ich habe es geschafft! Das muss dir mal was heißen hier. So. Hier kann ich auch noch alles aufsammeln, da. Jetzt haben wir bald nochmal eine Tür. Wow. Achso, das ist die Tür. Okay. Ich schaue jetzt auf entschärfen. Ich wette, ich frage da sonst nur unnötig. Gibt es heute ein paar Komponente für Armbrust, äh. Für Armbrustbolzen, aber ne. Ich muss mal hier reinschauen. Ist geschlossen, okay. Was haben wir denn hier unten? Scheiße, weg hier! wo 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 hin das war einsam Tür ist offen. Ein hier. Oh, durch, durch, durch. Wow, verdammt. Alter. Wie der Kopf gerade zerfetzt wurde. Äh. Oh, ich muss hier runter. Ich glaube, ich habe jetzt alles mitgenommen. Ich glaube nicht, aber... Nein. Was willst du, verdammt? Ich bin ein bisschen... Und dann... Du bist tot hier unten. Hoffe ich für dich. Oh, nein, 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 nein. Ach, scheiße. Lauf! Ach, geschafft. Ich kann's kaum glauben. Ich auch nicht. Und ich habe Munition belohnt. Mit einem Schuss. Immerhin. Das muss das heißen, wenn ich hier zur Funktion finde. Ach, du Scheiße. Das sind ja auch nicht so gute Gerutsche. Nein. Nein. Irgendwas sagt mir, dass ich nicht zu nahe kommen soll. Oh, oh. Ah, das muss wehtun. Kapitel 4 überlebt. Wir speichern. Wir speichern. Jawohl, nehmen wir es an. Ich würde sagen. Wir sehen uns im nächsten Kapitel, wenn's da weitergeht. Was weiß ich. Noch mehr Krankenschweiß.